Schönefeld ist eine Gemeinde im brandenburgischen Landkreis Darmisch-Preewald in Deutschland. Auf dem Gemeindegebiet befindet sich der Flughafen Berlin-Schönefeld sowie voraussichtlich ab 2017 der Flughafen Berlin-Brandenburg. Geografie Die Gemeinde grenzt direkt an den Südosten Berlins mit dessen Ortsteilen Lichtenrade, Kropiusstadt, Boko, Rudo, Altklinike und Bohnsdorf. Nachbargemeinden Das Gemeindegebiet erstreckt sich von der Grenze zu Berlin im Norden bis zur Stadt Mittenwalde im Süden. Von der Gemeinde Blankenfelde-Marlo im Westen bis zu den Gemeinden Schulzendorf und Zeuthen im Osten. Gemeindegliederung Schönefeld untergliedert sich in die folgenden sechs Ortsteile mit sieben bewohnten Gemeindeteilen. Schönefeld mit Wohnplatz-Tieke-Siedlung Großzieten mit dem bewohnten Gemeindeteil Kleinzieten Kieke-Busch mit dem bewohnten Gemeindeteil Karlshof Sechow Waltersdorf mit den bewohnten Gemeindeteilen Rotberg, Siedlung Hubertus, Siedlung Waltersdorf, Teukrug und Vorwerk Wassmannsdorf mit Wohnplatz Klärwerk Die Siedlung Kienberg musste dem Neubau des Flughafens Berlin-Brandenburg weichen. Geschichte Schönefeld wurde 1242 Dekasekunden erst einmal urkundlich erwähnt. Der Ort besitzt eine evangelische Kirche mit einem großen barocken Kanzelalter. Eingemeindungen Am 26. Oktober 2003 wurden die Orte Großzieten, Kieke-Busch, Sechow, Waltersdorf und Wassmannsdorf nach Schönefeld eingemeindet. Am 29. Februar 2004 wurde die Gemeinde Diepensee aufgelöst. Ein Teil der ehemaligen Gemeindefläche wurde nach Schönefeld umgegliedert. Politik Gemeindevertretung Die Gemeindevertretung besteht aus 22 GemeindevertreterInnen und dem Bürgermeister als stimmberechtigtem Mitglied. CDU 7 Sitze SPD 4 Sitze Alle für eine 4 Sitze Bürgerinitiative Schönefeld 3 Sitz Die Linke 2 Sitze Bündnis 90 Grüne 1 Sitze FDP 1 Sitze Bürgermeister Seit 2003 ist Tuto Hase Bürgermeister der Gemeinde Schönefeld. Er wurde in der Bürgermeisterwahl vom 11. September 2011 mit 58,5% der gültigen Stimmen für eine weitere Amtszeit von 8 Jahren gewählt. Wappen Das Gemeindewappen wurde am 28. April 2005 genehmigt. Blasonierung Von Rot und Silber zwölfmal gestendet und belegt mit einer Windrose. Das Wappen wurde vom Herald-Icker Frank-Diemer gestaltet. Ortsteil Schönefeld Blasonierung Von Rot und Silber gefiert, überdeckt von zwei übereinanderliegenden goldschwarzen facettierten Sternen mit je vier Strahlen, wovon die unteren Schräge kreuzten, verkürzt sind, Erläuterung. Der am südlichen Rande Berlins liegende Ortsteil ist nach 1945 vor allem als Knotenpunkt von Schienen, Straßen und besonders dem Luftverkehr bekannt geworden. Der in seiner Form an eine Windrose erinnernde Doppelstern soll diese Funktion als Verkehrsverbindung in alle Himmelsrichtungen symbolisieren. Die Rot-Weiße Führung verweist auf die Landesfarben Gemeindepartnerschaften. Es besteht seit 1999 eine Partnerschaft mit Bajangol in der Mongolei, einem Distrikt der Hauptstadt Ulaanbatar. Eine weitere Partnerschaft zu dem polnischen Dorf Skorka in Kaczenka ist geplant. Wirtschaft und Infrastruktur, Verkehr ÖPNV, Berliner S-Bahn und Buslinien der RVS nach Berlin und ins Umland. Auf dem Bahnhof Schönefeld halten Regionalzüge und die S-Bahn-Linie S45 und S9 sowie vereinzelte Fernzüge. Ein S-Bahn-Haltepunkt in Wasmannsdorf, jedoch derzeit keine konkrete Planung zum Anschluss des Flughafenbahnhofs an den S-Bahnhof Malo. Bundesautobahn A13, A113 und nahe A10 sowie A117, Bundesstraße B96A, B179, Flughafen Berlin-Schönefeld. Unternehmen Die größte Einnahmequelle der Gemeinde ist das Airport Center, ein Gewerbegebiet in dem Ortsteil Waltersdorf. Ein weiterer wichtiger Einnahmefaktor des Ortes ist der Flughafen Berlin-Schönefeld, der voraussichtlich ab 2017 durch den im Bau befindlichen Flughafen Berlin-Brandenburg ersetzt wird. Schönefeld ist Sitz des Möbelhauses Höfner und des dazu gehörenden Möbel-Discounters Konto. Weiterhin hat sich der Logistikkonzern DAXA hier niedergelassen. Der Wirtschaftsstandort ist einer von 15 regionalen Wachstumskernen im Land Brandenburg. Dadurch werden ausgewählte zukunftsorientierte Branchen gefördert. Kultur und Sehenswürdigkeiten In der Liste der Baudenkmale in Schönefeld und in der Liste der Bodendenkmale in Schönefeld stehen die in der Denkmalliste des Landes Brandenburg. Eingetragenen Kulturdenkmale Geschichtsdenkmale Denkmal für 200 umgekommene Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter auf dem Friedhof des Ortsteils Großzieten zwischen Karl-Marx-Straße und Dorfstraße. Sie mussten während des Zweiten Weltkriegs in einem Zwangsarbeiterlager in drei großen Baracken leben. Punkt Persönlichkeiten Die Theaterfotografin Rosemarie Clausen wurde 1907 im Ortsteil Großzieten geboren.